Hallo YouTube! Hi! Heute sind wir wieder zu zweit. Richtig, und wo wir sind und was wir machen, erfahrt ihr denn nach dem Intro. Bis dann! Wir sind unterwegs, Rennsteine, warum denn? Ohne Mundschutz? Ja, aber man hat Schaden. Da sind sehr viele andere unterwegs noch, wie man ja sieht. Deswegen ist es aber wirklich eine schöne Gegend hier. Wanderwege? Festes Schuhwerk. Festes Schuhwerk an die Gegend. Wie heißt das? Der Grillrohe Sonne? Ja. Der Grill hat auch wieder geöffnet. Natürlich mit diesen gewissen Einschränkungen. Und, naja. Roh ist vielleicht eventuell noch eine Bratwurst. Aber teuer. Sehr teuer. Ja, also ein Café to go 2,50 Euro. Also ein großer Becher Kaffee. Eine Bratwurst 3,50 Euro. Weißt du, was war das andere mit 3,50 Euro? Oh, ich weiß es jetzt gar nicht. Keine Ahnung. Aber, ja mein Gott, man hat ja auch schon in den Geschäften gemerkt, Lebensmittel werden immer teurer. Richtig. So denn. Also, zeigen wir euch ein bisschen die Natur, wo wir gerade machen und uns rum bewegen. Also das ist ein ziemlich fester Weg hier. Und die Sonne scheint. Yeah. Ja. Schattenspiele. Frau hat frei und die Sonne scheint. Richtig. Also, bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 kurzen eindruck der runden blick und bis gleich du ach übrigens hallo Bis zum nächsten Mal. 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 Hallo YouTube. Hi. Bye. 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 Bye.